Wer sich nicht länger mit einer stumpfen Halbmondklinge herumplagen will, dem erkläre ich in diesem Video, wie ich mein Messer schere. Das ist die Nahaufnahme einer Klinge, die schon bessere Zeiten gesehen hat. Man erkennt deutlich die Riefen, Furchen und Grate im Metall. Ein solches Messer ist vielleicht noch scharf, aber für Lederarbeiten ist es absolut unbrauchbar. Warum? Leder ist faserig. Wenn ihr euch nur vorstellt, dass ein Messer mit rauer Oberfläche durch dieses Leder schneidet, ist wohl klar, dass sich die Fasern an den Riefen der Klinge verhaken. Die Klinge wird gebremst. Und um das zu vermeiden, ist es nicht nur wichtig, eine Klinge zu schärfen. Sie muss auch poliert werden. Hier seht ihr, wie die Oberfläche einer polierten Klinge im Vergleich zu einer nicht polierten aussieht. Deutlich ist die geglättete Oberflächenstruktur zu erkennen. Das Polieren hilft zum Schluss des Schärfvorgangs auch, den beim Schleifen zwangsläufig entstehenden Grat zu beseitigen. Hier seht ihr, wie jeder Schleifzug Material von der Schneide abträgt. Es entsteht an der Spitze eine Nase, der sogenannte Grat. Und der muss weg. Denn mit Grat gibt es keine scharfe Klinge. Aber ein immer feiner werdendes Schleifmittel und häufiger Seitenwechsel machen Schritt für Schritt diesen Grat kleiner, bis er nach dem Polieren nicht mehr vorhanden sein sollte. Was brauche ich für das Schärfen einer Klinge? Die günstigste Variante ist wohl wasserfestes Nassschleifpapier. Diese Bögen kosten nicht viel und sollten wirklich in jedem gut sortierten Baumarkt erhältlich sein. Achtet beim Schleifen aber auf eine gerade und feste Unterlage. Bei unebenen und krummen Untergründen wird auch das Ergebnis unsauber und krumm. Ideal ist zum Beispiel eure Punzierunterlage, eine Granitplatte. Es geht aber auch eine Glasscheibe. Teurer, aber vielleicht auf Dauer sinnvoller, sind Schleifsteine. Sinnvoll deshalb, weil sie bei richtiger Handhabung ewig halten. Diese Steine gibt es als Wasser- und Ölsteine. Dieser hier hat zum Beispiel eine Seite mit 400er Körnung und die andere mit 1200er Körnung. Dies hier sind meine uralten, von Opa geerbten Ölsteine. Sie funktionieren immer noch. Als Schleifhilfe wird ein Tropfen Öl aufgetragen. Diese Steine ersetzen bei mir die Schleifpapiere. Das Prinzip ist aber immer das gleiche. Geschliffen wird immer in abgestuften Schritten. Von grob nach fein. Und zum Schluss wird poliert. Ich poliere mit einem Abziehriemen. Das ist ein Stück Blankleder, auf das ich ein sogenanntes Schleifmittel aufgetragen habe. Diese extrem feine Paste poliert dann mit ultrafeiner Körnung meine Klinge. Die Alternative dazu ist dann wohl das Schleifpapier mit einer 2500er oder noch feineren Klinge. Das Halbmondmesser hat wirklich eine unglückliche Form. Viele haben Probleme, das Messer in einem Zug gleichmäßig über das Schleifmittel zu ziehen. Unser Handgelenk spielt ja irgendwie nicht mit. Deshalb teile ich die Klinge in einzelne Bereiche ein. Das macht den Vorgang um vieles einfacher. Ich unterteile in linke Hälfte, rechte Hälfte und Übergangsbereich. Der Schleifvorgang mit den aufgeteilten Bereichen sieht dann so aus. Achtet darauf, dass ihr immer einen flachen Winkel einhaltet. Dieser Winkel beträgt ungefähr 12 Grad. Okay, ihr müsst jetzt kein Geodreieck anlegen, aber ihr solltet schon den vorgegebenen Winkel einigermaßen einhalten. Wenn es darum geht, die Klinge nur nachzuschärfen, sollten die folgenden Schritte ausreichen. Also, nacheinander 400er, 800er und 1200er Körnung. Solltet ihr eine komplett demolierte Klinge mit ein paar Kerben haben, dann müsst ihr mit dem groben Schleifmittel ein paar extra Durchgänge machen. Denn nur so baut ihr die Klinge komplett neu auf. Hier zeige ich euch den Ablauf auf dem 1200er Schleifmittel. Also, von dozen figuren, so aus wie eine Klinge stellen. Also, das ist alles ausgegado. Sollte den цветen, die Klinge Place nachdenken. Sollte den Klinge kommen, den Klinge hoffen, die Klinge wieder auf. Sollte den Klinge kommen kommen. Sollte den Klinge wieder ab und hast es so hab. Sollte den Klinge klingeln. Sollte den Klinge auch mit einem direkt in der Klinge. Sollte den Klinge. Sollte den Klinge verändern, dann bei dieses Klinge haben. Sollte den Klinge wieder ab. So, jetzt machen wir die Aufmerksamkeit. Zitzen. Schrauben Sieg Ach ja, wer noch keine Erfahrung mit dem Erfühlen des Grates hat, für den habe ich einen Tipp. Nehmt ein Wattestäbchen und fahrt damit in flachem Winkel über die Klinge. Wenn ihr ein kratzendes Geräusch hört oder die Wattefussel hängen bleiben, dann müsst ihr nochmal ran. Wiederholt zwei Züge mit dem 1200er Schleifmittel, jedoch nur auf der kratzenden Seite. Das Endergebnis sollte nun eine scharfe Klinge sein. Wer seinen Halbmond vor jedem Gebrauch über das Abziehleder zieht, wird sehen, dass so ein kompletter Nachschärfvorgang seltener notwendig sein wird. Und dann können wir die Klinge sein. und noch ein guter tipp zum schluss schützt eure finger und die klinge mit einer messerscheide denn wer sich schon mal richtig mit einem wirklich scharfen halbmond messer geschnitten hat der möchte das nicht noch mal erleben und zum schluss noch mal meine bitte wenn euch dieses tutorial gefallen hat dann zeigt es mir mit daumen hoch besser noch abonniert meinen kanal damit ihr erstens kein neues video verpasst und zweitens ich sehe dass meine videos ankommen dank euch